so willkommen zurück bei den 2 im letzten video haben wir ja die resonanz gefunden sind hier in juni unterwegs und noch mehr ich weiß nicht ob ich den beiden begegnen will die sind wohl abtrünnig geworden aber waffen sind nützlich bin eigentlich auf der suche nach weiter munition nach weiteren waffen genau zu sein nach den teilen für mein präzisionsgewehr was er kaputt ist aber bevor ich da weitermachen wird erstmal zeit dass wir uns die armbrust holen die ihr ganz in der nähe ist dazu muss ich allerdings an den monstern vorbei davon noch vorher erstmal hier ein paar kisten zerstören und ein paar wertvolle waffen mitnehmen egal ist besser als nichts da sind die viecher jetzt können wir mal die kisten noch mal leer ja noch mal fünf ja ist etwas mühselig jetzt hier mit dem sammeln weil in diesem schwierigkeitsgrad ist der waffen teile anteil ziemlich gering wobei es eigentlich wird die normale schwierigkeit stufe ist egal ich komme auch so klar irgendwie so der da vorne ist jetzt natürlich etwas nervig weil ich da lang muss aber vielleicht schaffe ich es ja auch wenn ihm entweder unbemerkt vorbei oder ich schaffe es ihn von hinten zu attackieren mal gucken naja von hinten das wird jetzt nichts glaube ich das wird schwierig es kommt ja auch noch nicht zu ja nein ja erst mal nachladen und munition ist alle noch mal schön zugetreten das war ein bisschen glück jetzt tatsächlich aber gut es hat funktioniert problem ist ich habe keine munition mehr und auch nicht rennt mich dazu verdammt keine munition mehr ja wir müssen irgendwie auf die andere seite weil dahinten liegt die abend ist eine neue wache ja und seine ausdauer ist auch ziemlich mies jetzt noch sehr zu wünschen übrig aber da liegt die armbrust so hüter armbrust benutzen genau schockbolzen habe ich jetzt am anfang das ist mein standard und schon werde ich attackiert so wo ist sie rechts wir legen sie mal auf meine linke schnellauswahl das ist ein bolzentyp ne ja komischen schockbolzen so aber hier war ja eben ein hydrant so und da sind die anderen vom wechsel mal schießt da mal rein ja das war gut und den da hinten erwischt auch noch das ist noch viel besser es ist wirklich schön ja die fücher die zermalmt ist oder schockt ist im wasser aber sebastian so jetzt hat sie ihn auch erwischt wie cool dass sebastian da unempfindlich ist gegen elektroschocks im wasser muss man sich mal merken für später so achst schön viel gel ja ja spritzen werden jetzt mal ganz sinnvoll aber habe ich nicht so hier du noch dann nehmen wir uns mal die anderen bolzen noch mit harpoon bolzen das sind die anderen bolzen damit kann ich gegner deutsch durch stoßen durch schießen wie auch immer ist ganz praktisch von gar nichts mehr geht sind nicht meine lieblings bolzen aber besser als nichts so guten nächster punkt ist anvisiert so soll man hier noch ein bisschen munition das ist gut sah aber so aus dass es eigentlich eine waffe wäre wenn man keine waffe bisher gefunden hat hätte man sich eventuell zu einem wappen können wobei ich nicht glaube dass man hier ohne waffe bisher das spiel kommen wäre und diese handfeuerwaffe automatisch gefunden wird so auf jeden fall hier auf der straße liegt noch einer den ich jetzt gerade komischerweise ignoriere warum wegen dem viel was da hinten rum gelaufen ist oder so wie komme ich jeden fall nicht durch so da hinten ist noch einen der den können wir von hinten wohl ausschalten ganz bequem oh und er hat eine axt sehr schön ach ich brauche gar keine axt ich habe nämlich eine im gepäck so das sind die leichen die leichen berge später noch eine besondere bedeutung bekommen leider kisten mit aber auch noch was eine sicherung eine kleine sicherung aus einem elektrischen verteiler leide ist es nicht möglich die defekte verteiler kästen damit zu reparieren mit dieser komponente können nützliche gegenstände hergestellt werden sehr schön so und hier noch was ja die waffenteile sehr schön zehn naja besser als fünf gut können wir weiter gehen da ist auch noch was drin nicht immer gleich drüber klettern na ey Junge nehmen Schießpulver das ist gut so wir wollen da hinten hin nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen die kiste mit machen wir halt quasi ein bisschen Zeit sehen durch die Linien so die Kiste war leer so noch ein Pass ja sehr gut so ne dass die Mädchen stimmt die will ich nicht genau Pistol Munition wir müssen ja eh in die Richtung das ist die Pistol Munition glaube ich da müssen wir eh in dieses Haus rein so ein neues Tutorial wurde hinzugefügt ich werde es mir nicht angucken so wie sieht es aus nichts besonderes ne so wir nehmen mit das Rauchpulver dieses Trockenpulver bla 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 auf jeden Fall kann ich es benutzen um ähm Rauchbolzen später herzustellen ein weiterer Bolzentyp für die armen Brust den ich in diesem Spielverlauf tatsächlich häufiger verwenden werde das kann ich hier an der Stelle schon mal sagen weil ich während ich hier kommentiere im realen Leben schon ein bisschen weiter bin als 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 diese Stelle so und wir müssen noch da hinten hin öhm 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 ja ich ja ich mag es ja an der Stelle nicht dass ich äh hier muss sie erledigen solange sie noch ängstliche Bürger sind ist einfacher sie zu töten bevor sie sich in diese Dinger verwandeln gut gut das war nochmal ein Stückchen aus die abtrünnigen und wir werden jetzt diesen Pfad jetzt quasi weiter verfolgen müssen dazu jetzt ja immer durch diesen Raum ein paar Teile einsammeln können dann durch diese Luke rechts ist die Luke genau da müssen wir runter und dann kommen wir weiter und da ist er da ist er klar als das mag womit wir von Punkt zu Punkt reisen können dieser Computer funktioniert hat im Spielverlauf später erst wichtigere Bedeutung dann lernen wir es auch in der Hauptstory hier können das jetzt quasi etwas vorgegriffen und ähm ist aber auch egal wir brauchen es jetzt um das die Nebenmission zu erfüllen deshalb nutze ich das wir sind hier quasi in einem weiß ich nicht Computerprogramm ordentlich ein System was nichts mit den Punkten in München verbindet gut damit sind wir jetzt irgendwo in München rausgekommen und werden jetzt hier ein bisschen weiter laufen weil wir machen jetzt hier gerade wir sind mittendrin auch wenn ihr es vielleicht nicht merkt wir sind ja gerade im Bereich die abtrünnigen in der Nebenmission das Schöne ist dass wenn ich das jetzt die spiele ich gleich eine neue Waffe bekomme eine sehr sinnvolle gut gebrauchte gebrauchende Waffe so jetzt müssen wir mal vorsichtig sein genau deswegen ich versuche sie von unten zu attackieren aber das ist so eine die ähm dann mich trotzdem noch angreift also die kannst du zwar erstechen aber dann ist sie nicht vielleicht tot das ist ein anderer Monstertyp wird mich sogar so angreifen es wäre schön wenn sie etwas ruhiger dastehen würde bisschen nervös die kleine so probieren wir das mal vorsichtig vorsichtig ja gut der Treffer sitzt so jetzt greift sie mich an ja das war mal ein schlag ins leere ja gut jetzt haben wir uns beide getroffen schade jetzt muss ich ein bisschen langsamer gehen bis ich mich wieder regeneriere so dieses automatische Regeneration System bis zu diesem kleinen roten Strich so jetzt habe ich wieder minimal Energie wird also Zeit dass ich mir irgendwo her mal eine Spritze besorge so aber kommt noch so das war mal lautes so wir müssen weiter können wir hier erst noch ein bisschen zerstören ja da hinten schreit einer der letzte Schrei seines Lebens wir werden ihn gleich sehen so das ist ein Metallrohr ein Stück eines Metallrohrs bla 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 wir können es nicht benutzen aber es ist ein Waffenteil oder eine Komponente mit der man Teile äh zusammenlaufen gut so dann haben wir hier das kleine Loch dann müssen wir durch so das ist wahrscheinlich derjenige der gerade geschrien hat also der da unten der gerade gefressen wird arme Sau ganz arme Sau gut aber hilft ja nichts wir können es ihnen jetzt hier nicht lange betrauern wir müssen nicht hier weiter in die andere Richtung genau hier lang so so hätten wir jetzt einen Elektrobolzen könnten wir da hinten durch habe ich einen nein ich habe keinen Elektrobolzen ist aber auch nicht schlimm das ist bloß eine minimale Abkürzung ähm ja es gibt Schlimmeres wir laufen jetzt einfach quasi hier durch die andere Tür und müssen dieses Rätsel machen hier wir die rote Linie ne warte mal die grüne Linie auf die rote Linie ausrichten mit den beiden Steuerskicks so noch ein bisschen genau fertig ist ja nicht schwer ne so rein mit dir Sebastian da hinten bei ihm lag noch was Munition gut vielleicht ist es doch bloß Munition und keine extra Waffe so und dann haben wir einmal die große Kiste die ist schön die ist sinnvoll aber wichtiger ist die kleine Kiste so denn es gibt eine neue Waffe Trotgewehr sieh an die nehme ich auf jeden Fall das ist eine sehr kostbare Waffe ich habe sie oft benutzt benutze sie auch immer noch sehr oft benutze sie auch relativ gerne weil sie ziemlich effektiv ist so gut wir müssen zurück das war es nämlich schon so dass die da aufsteht interessiert uns nicht wir laufen einfach weiter sie wird uns nämlich nicht folgen so sie folgt uns nicht das ist gut dann machen wir uns jetzt hier durch die Tür Sportflint ist ausgerüstet die brauchen wir auch hätte ich das Turm mit dem Elektrobolzen aufgemacht würde ich hinten am Gang raus gekommen sein so einmal dreimal dreimal jetzt habe ich keine Munition mehr so ja gut hätte man nicht machen müssen aber in dem Fahrstuhl ist normalerweise eine Figur mit einem Schlüssel und die will ich natürlich haben die Figur mit diesem Schlüssel sehr gut und dann sind wir jetzt hier fein und können wieder zurück zum Computer damit wir wieder an den Startpunkt kommen so so der Weg ist richtig ja genau irgendwo hier dann Treppe hoch und eine Leiter hoch ach Quatsch ne nicht Leiter hoch Computer wir müssen ins Mark so nochmal schnell umgeguckt ist nichts weiter geht's so eigentlich brauche ich mich nicht großartig bewegen ich warte jetzt einfach bis da oben die Prozentzahl auf 100 ist und dann geht das weiter weiter so 100 und da ist das Computersystem weiter und wir sind wieder in Union wie einfach das doch ist manchmal so jetzt nach oben und da sind wir wieder in der Setter A322 ja natürlich sind wir jetzt nicht allein in dem Haus komm ich hier raus nein das heißt wir müssen da lang das heißt wir müssen da lang so jetzt bisher noch nicht bemerkt vielleicht ist das ganz gut vielleicht schaffen wir es ja dass wir uns ignoriert nein wir schaffen es nicht ja komm hier das war irgendwie sehr knapp einmal ja also es ist ganz wichtig dass ich auch diese Waffe hochrüste damit ähm dann gehe ich äh die Viecher schneller erledige bei drei Schuss oder mehr das ist echt schon ein bisschen viel so bevor ich jetzt hier mich tatsächlich weiter bewege in Union und hier weiter in Kapitel 3 alle Sammelobjekte einhole und Zeitpress erledige mache ich mich jetzt nochmal auf runter zu O'Neill und werde mich da ein bisschen aufrüsten und auch mal speichern und äh ja ja Sebastian mal wieder ein bisschen fitter machen weil ansonsten komme ich hier nicht mehr allzu weit und das will ja keiner so einmal rein dann ähm ja einmal durch den Spiegel August sie haben etwas mitgebracht ein Schlüssel exzellent manche schlüsse führen zur erleuchtung ja das ist auch wie so ein bisschen die marie gilt am glücksrad und bei der wand um die stammung gedreht hat auf jeden fall da wir jetzt den schlüssel haben oder einen der schlüssel oder sogar mehrere schlüssel ist diese wand jetzt frei und wir können jetzt mit jedem schlüssel einer dieser türen öffnen moment ist es frei weil ich drei schlüssel habe und ich fange mal unten schießpulver nächste tür waffenteile und ein erster hilfe koffer enthält medikamente die eine mittlere menge gesundheit herrscht besser als eine spritze erster hilfe koffer können aus kräutern hergestellt werden werena ist gut keine schlüssel mehr keine türen mehr dann gucken wir uns mal hier die tafel an so 7200 kann ich ein bisschen nicht viel aber ein bisschen tatsächlich investieren und ich mache mich hier erst mal die gesundheit von sebastian und stelle fest dass das auch schon alles gewesen ist wenn man hier in die athletik noch gucken ja ein bisschen schneller rennen gut und die anderen sachen sind da schön war echt preisintensiv das krieg ich jetzt nicht mehr gebacken mit meinen 1200 grün gel einheiten gut nicht so schlimm das wird sich mit der zeit alles noch ein bisschen ausbauen guck mal ruhige hand das kann ich mir leisten es ist ja alles irgendwie sinnvoll gut sind wir damit auch fein hast du noch was zu sagen sie sollten sich langsam ihrer aufgabe stellen nicht wirklich gut dann ist die bastion jetzt erstmal ein bisschen hochgerüstet das ist okay dann gucken wir jetzt noch mal an die werkbank so herstellung damit kann ich noch munition und bolzen und spritzen herstellen ja schrot muni alle muni okay ich kann bis zwei bolzen schock bolzen herstellen aber spritzen kann ich herstellen und zwar 22 von drei besser als nichts gut damit bin ich jetzt in der herstellung auch fallen gucken wir mal in die waffen verbesserung dafür brauche ich meine waffenteile und fangen jetzt hier quasi auch mit null an so ganz wichtig ist jetzt eigentlich auch tatsächlich die feuerkraft und ich konzentriere mich jetzt im verlauf des spiels erstmal nur auf die handfeuerwaffe weil sie tatsächlich am meisten verwende so das war es auch schon hier stufe zwei dafür brauche ich besondere waffenteile die gibt es im spiel versteckt die werden wir später noch finden so um die anderen sachen ja noch kümmern magazin größe ja ja machen wir alles mit und wie sieht bei der feuerraut ja auch noch mit ja das kriege ich auch noch mit und nach ladezeit ja das können wir auch noch machen gut dann sind meine waffenteile ist wieder auf fünf reduziert aber sebastian geht es damit wesentlich besser als vorher und ich kriege die neue funktion improvisieren dazu wähle das improvisieren symbol im arsenal menü aus und gegenstände ohne werkbank herzustellen improvisieren verbraucht mehr ressourcen als das herstellen an werkbanken und du kannst damit waffen nicht verbessern improvisieren kann nicht als schnellzugriff auf gegenstände ja das heißt ich kann jetzt auch unterwegs die funktion nutzen und sachen herstellen das wird mich dann allerdings jeweils mehr einzelkomponenten kosten als wenn ich es an einer bergbank machen würde aber das muss ich in kauf nehmen weil ich diese funktion tatsächlich brauche so und ich werde sie speichern das video ist zu ende und im nächsten video geht es dann logischerweise an dieser stelle hier wieder weiter hey moin ich hoffe ihr hattet spaß mit dem video und wenn dem so ist würde ich mich über kommentare oder feedback unten drunter freuen und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt oder mehr sehen wollt von mir und meinen video spielerlebnissen dann benutzt auch gleich diesen button dann könnt ihr den kanal abonnieren und würde nichts mehr verpassen oder ihr geht direkt auf eins der anderen videos die hier gleich eingeblendet werden und macht euch noch ein bisschen mit dem kanal und meinen spielerlebnissen vertraut ansonsten wer noch mehr von mir sehen will der kann mir gerne auf instagram twitter oder facebook folgen die links dazu gibt in der kanalbeschreibung oder auch unter den videos unten drunter ja ich sag tschüss und dann hoffe ich dass man sich irgendwann wieder sieht hört oder liest bis dahin und vergesst das abonnieren nicht bis dahin und vergesst das abonnieren nicht